ARMA-LIFE-Simulatoren Wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt und herzlich willkommen zu dem Format. Reingeguckt. So, neues Spiel. Spielernahme. Oh, Long, John, Ina. Schwierigkeit. Einfach. Wir sind ein einfaches Mädchen. Okay, es ist Samstag. Es ist 7 Uhr in der Früh. Oh, das ist aber ein schönes Bauernhaus. Ich habe 1000 Dollar. So, das Spiel ist offiziell released worden am 21. August. Ich bin also drei Tage zu spät. F. Schönes Gras. Moment. Regel 1 in jedem Spiel. Prüfen, ob es Fallschaden gibt. Okay, nein. Die Kiste. Ernten Sie die Tomatenpflanzen. Bereit für die Ernte? Tomate. Wasser. Düngemittel. Okay, F. So, laden Sie die Kiste auf den LKW und fahre. Ich darf Autofahren. Tomate. Fahrwagen. Oh, nein. Drücke Sie M, um die Karte zu öffnen. Es gibt mein Zuhause. Bauernhof. Das bin ich. So, Kindergarten. Handbremse. Leuchtung. Kamerawechsel. Ah, das gefällt mir. Guckt mal, die schönen Tomaten. Kann ich hier so krasse Stunts machen oder so? Wuhu. Wow, 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 wow. 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 Das war knapp. Wow. Aber die Tomaten sitzen 1A. Gibt zum Glück keinen Gegenverkehr. Vegetable Shop. Erst mal parken. Oh, 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 okay. Hallo. Oh, da steht hier einer. Der sieht genauso aus wie der Automechaniker. Preise Vollkiste. Tomato. 54 Dollar. Oh, ist sogar gerade der Kurs sehr gut. Achso, ich muss es hier reinlegen. Okay. Äh, drehen. Stornieren. Und jetzt? Müsele. Ah, jetzt stehen da die 54 Dollar. Okay. Alter, war das laut. Oh Gott. Jetzt kaufen die Tomatenpflanzen im Kindergarten. Kindergarten. Ist das richtig übersetzt? Schöne Musik. Ich glaube, das ist der Pflanzenkindergarten. So. Kaufen die Tomatenpflanzen im Kindergarten. Okay. F. Kaufen die Dünger im Kinderzimmer. What the fuck? Da ist hier so ein Ding. So ein Hirsch heißt das. Hallo. Warum läuft der nicht weg? Los geht's. Tschüss, Kindergarten. Okay. Also vom Spielprinzip ist es ja erstmal nicht so schwer. Komme. Ich komme damit noch klar. Achtung, Hügel. Uh. Und Schlaglauch. Und noch. Wow, wow, wow. Aber dem Auto passiert nichts, Leute. Es wurden keine Autos verletzt bis jetzt. Okay. Hey, bleib stehen. So, packe die Pflanzen aus. Packe ich. Achso, F. Nimm eine Tomatenpflanze und pflanze sie. So, jetzt muss ich die Tomatenpflanzen düngen. Düng, F. Ah, das reicht immer für drei. Okay. Äh, ist das jetzt schon gedüngt? Wie sehe ich, dass das schon gedüngt ist? Ah. Ein richtiger Farmer hat immer Ordnung in seinem Regal. Verwenden Sie die Wasserkanne. Wo ist die Kanne? Da. Und jetzt. Und wieder auffüllen. Dann stellen wir das mal hier hin. So. Es ist also für ein Farmerhaus, ist es sehr modern. Ich fühle mich hier sehr wohl. Es ist ein sehr schönes, großes Bett. Schlafen und speichern. Sie können nach 19 Uhr schlafen. Und jetzt. Was mache ich denn jetzt die ganze Zeit? Kann ich Fernsehen gucken? Fahr noch ein bisschen mit dem LKW rum. Was kann man denn hier noch erkunden? Hui. Es kommen auch keine Autos entgegen, ne? Es ist. Ups. Äh. Da habe ich die Kurve nicht gesehen. Oh. Den Stein auch nicht. Äh. Ups. Ich möchte gern Apfel kaufen. Ich brauche ein höheres Ansehen. Kann ich denn noch? Ich kann noch 1, 2, 3 Sachen. Kann ich das hier kaufen? 500 kostet das. Ah, das. So, dann müssen wir das düngen, ne? Also, das Pharma-Leben ist schon echt anstrengend, Leute. Aber jetzt kann ich endlich um 8 Uhr, kann ich endlich schlafen gehen. Ab ins Bett. Die sind ja schon fertig. Das sind Wunderpflanzen. Wow. Ich habe keine Kiste, um das zu ernten. Nein, ich muss die erst kaufen gehen, die Kiste. Hey, los, ab zum Kindergarten. Ich muss die Kiste kaufen. Ah. Das ist schön. Also, das Farmen an sich ist auf jeden Fall nicht kompliziert. Kiste ist voll. Könnt ihr ja auch einfach querfeldein, oder? Geht das nicht schneller, wenn ich hier runterfahre? Viel schneller. Hm. So. Kann ich mehrere Sachen hier hinstellen? Aber das gucken wir jetzt gleich, wenn wir den ansprechen, ob er das summiert. Oh, Tomaten waren heute nicht so gut. Naja. Wir müssen noch zu einem, ähm, da, zu einem Imbiss. Wir sehen alle gleich aus. Seid ihr alle verwandt? Die beiden sind hier Brüder. Das ist der Vater von denen. Das ist die Mutter. Ist das hier... Wo sind denn hier die Weiber? Wo bin ich hier gelandet? Oh, shit. Wir sind in der Eifel gelandet. Bei Sandwich gehen wir jetzt was einkaufen. Gib essen. Hih, das Schmatzgeräusch. Und an was arbeitest du da so? Aha. Das war ja mal wieder klar. Und das nennst du Arbeit? Ich bin ein Farmer, bin geboren auf dem Land und melke Kühe. Ich kriege keine Frau. Ich tue, was ich kann. Und Daddy ist froh, weil ich Traktor fahren kann. Ich kriege keine Frau. Ich bin ein Farmer, bin geboren auf dem Land und melke Kühe. Ich kriege keine Frau. Ich tue, was ich kann. Und Daddy ist froh, weil ich Traktor fahren kann. Ich kriege keine Frau. Ich habe gelbe Gummistiefel und ein Tatenloch. Doch wenn die Masche durch ist, so kriegt man zu sein Schock. Wir haben hundert Schweine und ein Esel namens Fred. Aber er ist immer nur krank und hat sein eigenes Bett. Ich maloche 16 Stunden und das macht mir Mühe. Schaufele müsste spät. Ich bin ein Farmer, bin geboren auf dem Land und melke Kühe. Ich kriege keine Frau. Ich tue, was ich kann. Und Daddy ist froh, weil ich Traktor fahren kann. Ich kriege keine Frau. Ich bin ein Farmer, bin geboren auf dem Land und melke Kühe. Ich kriege keine Frau. Ich tue, was ich kann. Und Daddy ist froh, weil ich Traktor fahren kann. Ich kriege keine Frau. Freitag in der Disco ist ein Trip angesagt. Ich sag, ich bin ein Farmer. Falls mich irgendjemand fragt, ja dann geh ich zur Tee und bestell mir nen Drink. Sie stellen mir gleich Bier, weil ich immer gleich viel trink an der Bar. Sie stehen und gehen dann zu ihr. Ihr sagt ihr dann, hallo, wie lange bist du schon hier? Die schaue ich nur an und was kriege ich denn hier so? Ich sage, das bin ich, ich bin der Farmer. Also man muss wahrscheinlich erstmal ein bisschen Geld scheffeln und dann gewinnt man Ansehen. Ja, also am Anfang gibt es noch nicht so viel zu tun. Man muss die Zeit erstmal umkriegen. Ich darf jetzt in einer Stunde schlafen gehen. Ah, Tatsache, mit Dünger sind die schon fertig. Der, die brauchen jetzt noch einen Tag. Wie gehen die Äpfel heute? Oh, 72. Da komme ich ja genau richtig. Tomaten? Tomaten heute nicht so gut. Aber düngen müsst ihr dann nur, wenn ihr wirklich einen Tag später die fertigen Pflanzen haben wollt. Ah, ah, hier sieht man das. Okay. Welche Pflanze es ist. Ob es Wasser, Grün, Rot, Düngemittel, habe ich nämlich vergessen. Schön, die Äpfelkässe hier rein. Oh, ich habe nicht genug Kissen. Was tanzen? Oh, oh, oh. Ich, ach, was du ess... Hey, ihr Schränke, macht mal Platz hier. So, ich will schlafen. Ja, ich glaube, ich habe vom Spiel genug gesehen, um euch sagen zu können, was es für ein Spiel ist. Es ist ein sehr entspannendes Spiel, ein sehr entschleunigendes Spiel, vorausgesetzt ihr schaltet den Soundtrack aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da, ein Like und ein Kommentar und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, reingeguckt. Reingeguckt.